Ottawa in Kanada ist die Hauptstadt und die viertgrößte Stadt des Landes. Ottawa ist bekannt für seine reiche Geschichte, seine beeindruckende Architektur und seine lebendige Kultur und bietet eine einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit und städtischem Charme. Wer einen Besuch in Ottawa plant oder Inspirationen für seine nächste Reise sucht, kann sich mit Hilfe von Drohnenaufnahmen einen Eindruck vom Grundriss und der allgemeinen Atmosphäre der Stadt aus der Luft verschaffen. Die Stadt Ottawa liegt am Südufer des Ottawa River, der die Grenze zwischen Ontario und Québec bildet. Diese einzigartige Lage verleiht der Stadt eine ausgeprägte Mischung aus englischer und französischer Kultur, was sie zu einer wirklich zweisprachigen Stadt macht. Ottawa ist auch für seine blühende Tourismusindustrie bekannt. Reisende können zahlreiche Museen und Galerien wie die National Gallery of Canada oder das Canadian Museum of History besuchen, um die faszinierende Vergangenheit Kanadas zu erkunden. Darüber hinaus finden Outdoor-Fans in den zahlreichen Parks und Grünanlagen der Stadt ein breites Angebot an Aktivitäten.